Hallo, hey, lauf mich um, lauf mich um, lauf mich um, ich hab nen dicke Hammer, kennst den Hammer, ne, hier, aua, 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 cooler Hammer, ja, freu ich mich jetzt immer noch drüber, wobei ich befürchte, dass der irgendwann auch nicht mehr genug Schaden macht auf Gruppen, aber da sind wir hier wieder, ja, entdeckert dich, haben wir noch was neues, was wir noch nicht entdeckert haben, aber ich hab mir schon mal Sachen gebaut, um das nachzuholen, weil Eisen können wir ja, jetzt haben wir ja jetzt endlich mehr als genug, glaube ich, also geht alles abgebaut, ja, Steinchen, Brettchen, Schreibfeder und Tinte, das ist ja kein Hexen mehr, das haben wir schon öfter gehabt, weil jetzt geht's erst richtig los, jetzt kommt's an Space Building, jetzt können wir hier gleich Holzböden, vier verschiedene Varianten, Holzwände, Dächer, Grill, Stuhl, Bank, okay, der Kaktus ist wieder nur Deko, Wiederverwerter, Sägemühl, aber ich würde sagen, bevor ich hier, äh, klicke nochmal auf Erforschen, dann können wir das nämlich jetzt alles bauen, jetzt, oh, guck mal hier, jetzt Kisten, ach du Schande, ja, die Kisten aufwerten, äh, Bretter, Bretter, ich gehe aber nicht nochmal dann jetzt hier, äh, Kisten kaputt kloppen, ne, Nee, jetzt brauchen wir ohne Ende wieder Bretter und Nägel, weil wir ja so unendlich viele Kisten haben, also halt nur, wenn wir so aufwerten wollen, ich würde sagen, da die noch lange nicht voll sind, ähm, müssen wir auch nicht unbedingt aufwerten, ne, Nö, da wo es eng wird, haben wir überhaupt eine Kiste, wo es eng wird, ja, die Erze oben, ne, da wird es eng, Ja, die Erze, teilweise, wobei, die werden wir jetzt mit und mit alle einschmelzen, da haben wir ja unsere Eisenerzkiste, die gerade schon zu reinem Eisenerz verarbeitet wird, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass ich nicht, wenn wir mit dem Pfeil immer draufklicken, so, wieso läuft die Steine, achso, ich stand gerade neben der Steine, ja, und Essen brauchen wir Neues, da haben wir ja ganz viel, äh, sag gerade, Weizenauflager, was noch gemahlen werden müsste, und damit das Ganze hier ein bisschen schneller geht, weil das ist was, was wir uns schon gespoilert haben, würde ich sagen, geht ihr uns noch einen zweiten Gehilfen holen, wir haben hier schon einen, einen schönen Geist, ein, der heißt sogar Geist, nee, nee, Wanderer hieß der, ne, Wanderer, genau, und wir haben ja jetzt noch einen zweiten gefunden, bei dem letzten Boss, der uns aber nicht begleiten wollte, weil er doch was Wichtiges da irgendwie in seine Steine versteckt hat, oder so, da muss ich mal gerade, äh, auf meinen Screenshots zurückgreifen, die wir ja im Laufe der Zeit immer gemacht haben, ich erzähle einfach mal, Flocke, du baust da, baust du jetzt da schönes Wiederverwehr, da, jetzt können wir nämlich auch, müssen wir nicht immer alles ins Meer kippen, haben bisher unser ganzes Müll immer ins Meer geschmissen, Ja, ich brauche den Wiederverwehr, dass ich Leder herstelle kann, für den Lederrest, Genau, da haben wir nämlich auch die Lederreste und diese, äh, anderen Dinger, die wir aber Schrott jetzt immer aufgehoben haben, kaputtes Schild, kaputtes Gupferschwert, Spitzhacke, da können wir nämlich alles da reinschmeißen, und dann ist das quasi wie so ein Recycle-Ding, der uns dann wieder ein paar Rohstoffe zumindest zurückgibt, äh, ja, aber ich wollte hier, äh, wovon das Grünschatz zurückgreifen, äh, wir hatten ja mit dem Geist gesprochen, und der hat uns ja gesagt, dass er den Ratten das Lesen beibringen wollte, und da so komische Rätseldinger gemacht hat, ja, mit den Worten Ei, Feuer, Feder, Fell, Stock, Fleisch, Erde, Stein, Wasser, Kaktus, Klaue und Apfel, wenn ihr euch erinnert, da haben wir ja Screenshots hier von diesen fünf Kreisen gemacht, uh, jetzt habe ich reingesucht, das wollte ich nicht, ähm, da muss man halt von der Mitte ausgehen, gucken, wo, äh, man auskommt, ob welches Symbol das ist, dieses Symbol hier zum Beispiel ist das Symbol für Ei, dann haben wir hier ein Symbol, wenn wir von der Mitte rausgehen, das ist das zweite, was wir gefunden haben, das kommt hier aus, das ist Glut, ne, brennender Stock ist das, äh, hier geht's dann raus, da rüber, zack, boom, bang, so, hier bei Feder, hier geht's, ja, wir können kurz zum Jimmy zuhören, ich geh mal das Fenster zumachen, weil meine Nachbarn, die sind einfach nur scheiße laut, hier hängt die Respekt, bis gleich, hier hatte ich erst gedacht, das wäre ein Stück Kaka, aber, äh, das wollte er den Ratten gar nicht beibringen, ne, deshalb bleibt da als, ne, die ist nur Eiwasser, aber das ist gar nicht mit dabei, der Kot, da bleibt dann nur die Erde übrig, diese Haufen, hier ist ein bisschen Haufen Erde, und hier geht's raus, da rüber, so, zur Klaue, also haben wir da jetzt Ei, Glut, Feder, Erde und Klaue, das hier wäre Kaktus, das hier wäre Apfel, das hier wäre Wasser, äh, das, ja, habe ich, ich habe selber gegoogelt, muss ich zugeben, es gibt eine schöne Seite, wo das erklärt ist, wie das funktioniert, das hier wäre Fell, das wäre Ast, äh, äh, sonst haben wir, doch hier, also hier, das wäre Frucht, ne, oder was, wie, was, was, die Frucht, da wollte er uns bei, wollte er den beibringen, Klaue, Apfel, äh, Eifeuer, Federschöne, jedenfalls haben wir, jetzt müssen wir ein Ei, ein Stück Glut, eine Feder, Erde und Klaue mitnehmen, dann laufe ich mir gerade schnell hier die, äh, Kisten ab, was haben wir gesagt, ein Ei brauchen wir, ein Stück Glut, äh, eine Feder, die Chemie, oh, guck mal, geht ruckzuck jetzt, oh, zack, arbeitet ihr alleine, oder muss es dran stehen? Ja, ich muss dran stehen. Ach, da muss man auch dran stehen, okay, geht aber wesentlich schneller als, als mit der Werkbank, ne, Joko wieder durchstücken, wenn ich jetzt noch mithilfe, das sind mal drei, mal drei Bretter gekauft. Ach, da kommt von, alter, geiler Scheiß, ja, der kommt ja jetzt von einem, äh, Baumstamm gleich drei Bretter raus, das ist natürlich, das ist natürlich sehr nice, da brauchen wir nicht so viele, äh, Bäume mehr fällen, beziehungsweise jetzt macht es dann Sinn, Bäume zu fällen und nicht weiter wieder, äh, Kisten zu zerschlagen, wo dann eventuell ein Brett rauskommt. Das waren jetzt, äh, ähm, 20 Bretter, äh, 30. Ja, das, das ist cool. Ja, äh, äh, 20, äh, so bitte. Ja, das ist, ja, 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 also, 20 Holzstämme werden 60 Bretter, das ist nice, okay. Aber ich war gerade am gucken, was ich noch sammeln muss. Ein Stück Erde oder Klaue. Ähm, Klaue haben wir hier. Du wolltest hier weiter bauen? Jo, ich bau, 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 wo haben wir denn hier Bodenmaterial, da, Erde, äh, das ist gut. Wieso ist Kot denn da drin, der Kot gehört ja gar nicht da rein. Der Kot gehört da hinten in die Kotpiste. Ich muss auch mal gucken, jetzt ist es schon wieder durch, das soll Peter. Ganz anders, ich das war. Ja, 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 muss man wieder Stroh haben, ne? Du machst die Tierchen hier, na, guck mal, die noch an Scheiße rumliegt, okay. Nochmal gerade einen Blick, ein Ei, ein Glut, eine Feder, eine Klaue, eine Erde und ab dafür. Jetzt gehen wir zum Teleporter, weil da hat bei uns ja so schön schon noch einen neuen Teleporter hingebaut gehabt. Oh, Mann. Muss ich auch noch einmal schnell hier durchlaufen, da ist ja nicht so weit der Weg. Da, wo wir den Konstrukt fertiggestellt, Grill. Oh, yes, Grillparty. Wir können Schaschlik mal. Schaschlik. Okay, wir haben schon wieder Fleisch für, oder? Ja. Haben wir noch Fleisch, ne, ne? Nö, haben wir ganz noch. Mal leer. Ähm, so, ich mach jetzt auf jeden Fall mal. Oh, wir kommen wieder zum Steinkreis vorbei. Moment. Hier, die Fünfe hier, die mussten wir ja untersuchen. Ist halt immer random. Also, wer das Spiel auch spielt, bei euch sind es nicht die fünf Items oder nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch diese fünf Items. Das ist halt jede Spielrunde neu, jede Spielrunde anders. Aber die Prozedur ist die gleiche. Sprich, die fünf Steinkreise finden. Möglichst am besten direkt einen Screenshot von machen. Sonst, weil beim ersten Spiel musste ich wirklich dann hier zwei nochmal ablaufen. Ist ja nicht so wild, aber hier bei der Schlucht, die drei, die da rumstehen, muss man halt auch dann überall nochmal hinlaufen und sich aufschreiben oder ein Screenshot von machen, was es denn gewesen ist. Ja, weil das ja schon ein bisschen haben wir Screenshots damals gemacht. Ja, in der zweiten Folge war es, ne? Dritte Folge? Scheiße, gar nicht. Steine. Wo die ersten, ersten Steinkreise gefunden haben. Ne, hier. So, äh, wenn du mal jetzt in der Volltest, äh, Steine, können wir jetzt Steine. Steine? Steine haben, habe ich hier gleich noch berumsteht, ja. Was war denn? Weil nämlich, äh, ja, Fundament braucht Steine bauen. Dann braucht er Steine und dann oben, als bitte Grundfundament, dann macht er über die Steine wieder, äh, wie soll ich sagen, äh, Verschalung von Bretter und dann werden die Böde gelegt. Das wird er ja gleich sehen. Aber das ist echt cool. Also ich finde das System richtig cool gemacht. Ja, das ist halt hier ehrlich, sag ich mal, wie über Lasted Earth. Nur, dass du hier die Wände erst dann bauen kannst, wenn der Boden steht, ne? Ähm, ja, genau. Da kannst du ja bei anderen Spielen, ja, teilweise die Wände bauen ohne Boden. Ne, stimmt gar nicht, weil hast du erst dann auch das Boden haben. Ja, da musst du, da musst du mal die Böde aufhören, so dass dann... Oder bei Ark, oder wo es überall war. Ja, ja, bei Ark muss auch die, die Böde legeln. Ja, ja, musst du eben erst die Böden haben. Ja, bei Myth of Empires. Bei Scum, glaube ich, geht's. Das kann was... Ja, das Häusel braucht auch Fundamente. Stimmt, stimmt. Stimmt, ja. Der braucht eigentlich über Fundamente. Was krieg ich denn hier raus? An Stein, da auch? Da geht ja eigentlich ganz fix, wenn hier ein Stein rauskommt. Das müssen wir aufpassen hier. Noch ein paar Kartoffelchips zwischendurch. Es ist nämlich genug aus, Dauer auf, um Steine zu klopfen. Gereinigtes Wasser abgeschlossen. Ja, das Problem ist ja gleich auch gelöst. Was heißt gelöst, aber nicht mehr so groß. Da wir ja jetzt auch Brunnen bauen können. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat es ja gar nichts zu klären. Ja, mit dem Wasser schöpfen halt immer für die ganzen Felder. Ja gut, das Problem werden wir weiterhin haben. Da bin ich halt zu knauserig, dann das gute, saubere Wasser zu nehmen, um was anzubauen, weil da reicht halt das schmutzige Wasser. Sprich, mit dem Eimer schnell wieder aus dem See fischen. Ja, so, ich werde mal ganz kurz die Geistbrille aufbauen. Naja. Weil, so ein Thema der Frieden. Ich muss gleich auch mal an, wie das mit Baut funktioniert. Ja, das dauert. Das Baut ist... Ich muss jetzt noch... Ich meine, ich habe bis 3 hoch. Machen wir mal 5 hoch. Ja, aber nicht zu groß am Anfang, ne? Es gibt ja nicht so viele Gebäude, die man, oder? Die man innen bauen kann. Und so ganzen Schmelze-Dinge da, die kann man ja, glaube ich, nach außen bauen, ne? Ja, auch eh noch. Nur im Freien. Da haben wir uns einige Sachen, die man nur im Freien aufbauen kann. Ja, das war das Fass, die können wir nur draußen bauen, aber die Schmelze, so wie ich weiß... Ja, kann man alles, ne? Oh, okay. Nutzbar, umgegenstattet, herzliche Schmutz, kann nur... Äh, okay, doch, die Hochöfe kann man nur draußen bauen. Ja, ey. Die Steinmühle kann man nur draußen bauen und so, aber der Großteil an der Werkbring und so sagen, müssen wir alle rein. Ja, wir müssen nicht. Ich kann jetzt ja nichts passieren, außer das hat dann die Fischer oder was raus. Sieht halt besser aus. Ja, sieht aus, aber, ja, sieht besser aus, jo. Die Optik halt. Wollt auf mich, die Steinmühle, ne, hau ich die Steinmühle, schon noch gar nicht. Pass auf, machen wir hier, guck. Hier ist jetzt ja unser Wasquizzer Wikasa. Genau. Und da hat uns ja gesagt, na, ich hab die Runen gesehen, äh, erzähl mir, äh, über dich, wer warst du einst? Ne, das haben wir schon, ne? Äh, bla 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 bla. Erzähl mir mal, was ist hier passiert? Eines Tages Banditen-Pipa-Blups. Äh, bla 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 bla. Da, was ist mit dem Rad passiert? Wirklich traurig. Er hat uns doch irgendwo gesagt, erzähl mir mir über den magischen Stein. Ich weiß nicht viel darüber. Ne. Ach, was steht da so besonders? Ja, da sind Steine in meine Hände gelangen. Irgendwann hat er uns doch erzählt, dass er hier bleiben muss. Nirgendwo hin. Ich bin an diesen Ort gebunden. In diesen Steinen sind Gegenstände verborgen, die für mich von größter Bedeutung sind. So, und jetzt können wir nämlich, stellen wir uns mal da drauf. Schmeißen wir nämlich hier das Ei hin. Und Blut. Es muss auch nicht auf den Steinen drauflegen, soweit ich weiß. Einfach nur so irgendwie hier rausschmeißen. So, das war zu weit. Und die Erde. Oder, muss ich doch da drauf liegen? Ah. Oder muss ich jetzt auch noch in den richtigen Positionen liegen? Ich weiß, ich hab das ja gemacht. Ich hab keine Ahnung. Wieder nochmal auflegen. Vielleicht hast du das falsch aufgenommen. Klingt auf falsch. Eigentlich sollte das nur funktionieren. Ah, man muss es doch genau auf die Dinger draufschmeißen. Aber die Reihenfolge war egal. Ich hab mal rumgeschafft. Was? Ach so, die hatte ich wahrscheinlich schon. Ja. Und jetzt liegt hier nämlich schamanistische Werkzeuge. Die können wir einsammeln. Die haben wir dann jetzt hier am Inventar. Wenn du unten auf dem Inventar guckst, in deiner Brieftasche, haben wir jetzt schamanistische Werkzeuge. Man hat gerade aber nicht gesagt, wofür die gut sind. Deshalb reden wir nochmal mit dem. Du hast du mein Versteck gefunden. Ich hab meine Schamanenwerkzeuge dort zurückgelassen, bevor ich zu den Verhandlungen mit Sarfu aufgebrochen bin. Ja, habe ich. Hier, nimm sie. Das ist ein Familienerbstück. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Ich stehe von nun an in deiner Schuld. Erlaube mir zudem, dich bei deiner zukünftigen Bemühungen zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Ich bin über jede Hilfe froh. Bang. Hast du noch weitere Fragen? Nein, hab ich nicht. Und jetzt geh arbeiten. Jetzt haben wir nämlich hier. Zack, zweiten Geist. Jetzt ist er schon bei dir. Der ist jetzt Bretter am Sägen. Genau, ich habe ihn direkt an die Bretter geschickt, dass ich weiter bauen kann. Ja, du kannst ja auch die Priorität ändern, dass der mit dir baut, ne? Ja, das macht er schon der andere Grund. Der steht jetzt auf herstellen, reparieren, bauen, abbauen. Genau, das war bis heute schon. Das war jetzt erstmal baue. Ja, da kann man hier die Reihenfolge ändern, dass er erst was anderes macht. Luti! Ja, und dafür ist halt dieser Steinkreis hier gut. Man muss halt wissen, welche... Und man muss die fünf Items in der Tat hier wirklich auf diese großen Steine drauflegen. Dann haben wir jetzt noch mehr Hilfe in unserer Basis. Vielen Dank. Wenn wir unterwegs sind, dann haben wir zwei Mann, die da leistisch arbeiten. Ja, der eine ist dann nochmal die Steinmühle gebaut. Der kann uns dann Mähn herstellen. Der Anna kann das als Leben machen. Dann passt das. Aber wieso komme ich jetzt nicht da hin? Muss ich jetzt echt hier, äh, das Ding hier weg hacken? Kaktus. Ich bin ein Stein. Ja, ja, ich bringe dir jetzt. Ja, Stein ist ja auch noch hier, sehe ich gerade. Okay. Ja, aber dann haben wir schon wieder was geschafft. Wieder einen Schritt weiter. Ja. In die nächste Folge gibt es noch was cooles. Und das werde ich aber dann im Video zeigen. Ja, aber jetzt haben wir noch fünf Minuten. Können schöner eine kurze Folge machen. Du kannst rüberkommen und Bauhörer helfen. Ja, aber ich habe auch noch hier die zwei Steine vorkommen ab, wo ich gerade davor stehe. Ich habe jetzt ein paar Steine in der Tasche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun mal 20. Weil bis der Geist ends fertig gebaut hat, habe ich schon zwei fertig gebaut. Ja, ja, weil wir halt den Bonus haben mit hier im Skillsystem, ne? Genau. Baugeschwindigkeit 150 Prozent. Das war schon cool. Also die Geschwindigkeit. Ja, aber wenn wir halt unterwegs sind zum Kämpfen oder Erkunden und die arbeiten, da ist ja im Prinzip, die Hauptsache, da hat überhaupt einer, ne? Genau. Aber die malen ist ja schon gut und so. Einzige, was wir nicht machen, ist Felder bestellen. Das muss man sagen, so, wenn wir wiederkommen, machst du bitte mal hier 10 Millionen Weizen angepflanzt. Ja, da haben wir am Anfang gerätselt, was das Abbauen bedeutet. Ja. Hat ja nichts abgebaut. Das ist halt immer, wenn wir etwas umstellen, dass er dann läuft und das abbaut und woanders wieder aufbaut. Leider nicht, dass er irgendwie Steine oder Holz fällen kann. Pass auf, wie machst du die Steine hier noch weg? Ja, wie gesagt, da wäre nochmal so ein externes Skillbauen für die Geistern nochmal Geistern. Also so drei Stück, auf was du lieber Skille tust. Und das wäre doch nochmal ein guter Ort. Ja, hast du ein Baugeist, ein Herstellergeist, ein... Genau. Genau das war so... Geist, geist, geist. So, warte, ich nehme die Steine schon mal mit. Dann haben wir, glaube ich, das erste Mal gebucht. Warte, du weißt nicht, wie viel brauchst du für einen so einen Boden? Ein Boden, äh, frießt acht Steine. Oh, okay. Wollen wir das vielleicht doch nochmal. Ja, acht Steine, 15 Bretter und fünf Nägel. Deswegen habe ich schon keinen Einbegeistern. Nägel, ne? Muss man überlegen, ob wir die aus Kupfer oder aus Eisen machen. Die machen wir aus Kupfer. Kupfer brauchen wir, glaube ich, soweit nicht mehr. Das braucht man ja für unsere Kupferwerkzeuge, die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Ich weiß nicht, was später kommt, ob wir für irgendwas Kupfer brauchen, ne? Weil Nägel kannst du ja sowohl aus Eisenbleche als auch aus Kupferbleche herstellen. Ja, das ist ja eigentlich egal, wie wir das herstellen. Was auf dem Eis stellen. Dann Kupfer alle. Haben wir noch Kupfer vorkommen? Ne, Kupfer haben wir komplett abgegrast, ne? In der Schlucht, jo. Ja, haben wir alles abgegrast. Schwefel hätten wir noch im Angebot, ne? Ja, Schwefel haben wir noch ein bisschen im Angebot in der verlassenen Mine. Genau, in der letzte Ebene. Eisen haben wir auch komplett weggehackt. Jupp. Aber alles gut. Ja, diese komische Kugel, die wir haben, die kannst du jetzt auch zu dir rufen, ne? Ja, das hast du gerade gemacht, ne? Keine Ahnung, wofür die irgendwann mal gut sein wird. Weiß ich auch noch. Da steht nur, äh, ruf zu dir und jetzt bist du bei mir. Normalerweise, wenn man alleine spielt, ist die halt immer bei einer, wenn man zu zweit spielt oder zu mehreren spielt, kann die immer einer zu sich rufen, ja? So ist auch wieder gerufen. Aber Pinkballspiele mit, ja. Ja, aber wofür sie gut ist, wissen wir nicht. Ja, ich habe hier diese... Äh, Zauberkugel im Geldbeutel und Naturgewaltstadt. So, ich würde sagen, ich komme mal zurück. Oh, muss ich mir den... Das ist auch komisch, dieser Vikasa kann einen nicht nach Hause bringen, ne? Ich sitze ich auf Reden, klicke, du kannst nur erzählen, 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 aber der kann sonst nichts. Nur der Wanderer. Der ist bei mir. Nur der Wanderer, der kannst du sagen, bring mich bitte nach Hause. Zack. Der Ode war ja weg, der Vikasa. Ja, ja, den habe ich gerufen. Rufen kannst du den, aber der kann sich nicht nach Hause teleportieren. Oh, mein Gott. So, jetzt haben wir hier Steinlager. Machen wir erstmal voll, wa? Da, zack. Voll machen. Und das zweite Steinlager. Ja, nicht ganz voll. Kaktus habe ich ein bisschen was mitgebracht. Mal gucken hier. Ja, was hat der Flock denn jetzt gebaut hier? Da, ich habe mal ein Häuschen gebaut. Ein Häuschen. Ein Häuschen, ein Holz. Oh, was hast du denn hier? Das ist ja... Ja, ja, bin ich. Das ist ja schief hier. Ja, ja. Ich habe erst gemerkt, dass es gebaut wird. Ja, ja. Weil dahinter das abfällt. Jetzt bist du aber auch eine Etage zu hoch, ja, oder? Ja, ist wieder eine Treppe drin. Hä? Was macht denn der? Hehehe. Komm, man hat gar keine Verständnis in der Höhe. Ah, doch, komm mal. Das ist das... Kannst du... Kann man verstellen in der Höhe? Ja. Okay. Oder? Nee. Probe jetzt so drehen, so rumdrehen. Das war's. Ja, dann ist hier der Snap-Punkt wahrscheinlich so, dass du hier leider nicht schön bauen kannst. Hä? Jetzt habe ich nicht gerade... Ob wir jetzt alles an der Kachel hier ausrichten müssen? Warte mal, ich gehe mal hier. Nee, kann ich ja nicht an die selbe Stelle verschieben, ne? Nee. Ja, jedenfalls brauchen wir jetzt jede Menge, äh... Bretter und Steine und Nägel. Holzwände, Holzdach, das gleiche. Holzwand kannst du noch Fenster und Türen machen. Wobei, äh, ja, warum ein Fenster dann, äh, mehr... Die Mauer machst du auch nur aus Baumstämmen und Nägeln. Fürs Fenster brauchst du dann noch... Ja, klar, auf die Fensterläden, ne? Und die Tür, die Brottenstock oder Bretter. Holzböden, ja, die unterscheiden sich nur im Aussehen, ne? Karo-Muster oder... Ja, stimmt. Kreuzchen drin oder schräg, oder weiß ich was. Ja, und das Dach ist dann halt ein Dach. Dach, mach mal ein Dach, es regnet, ich baue ein Dach. Ja. Erstmal müssen wir Wände haben. Brauchen wir nicht nur Wand. Ja, bauen wir jetzt noch... Äh, äh, auf, 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 auf Stream, auf, äh, Ding, äh, außerhalb der Aufnahme. Ach, guck mal, wir müssen uns auch schon wieder Taschen bauen. Ja, wir haben ja zur Zeit keine Probleme mit, ne? Nö, haben wir keine Probleme mit. Fäden, 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 Entdeckertisch, jo. Schneiderei. Okay, Palmblätter, Bambus, Bambus, Glasbombotropischer Sand, Perle, braucht man Muscheln, okay. Kochkunst gibt's dann erst, wenn wir Bambusverarbeitung erforscht haben. Da muss sie in der Stall erst mal die Perlenverarbeitung haben. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ähm, wir wollen aber auch noch, ja, hast du schon die zweite Mühle? Wir wollen ja noch Mehl malen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Crafting, außerhalb der Aufnahme. Genau, wir wollen ja alles auf und dann, äh, nächste Folge werden wir euch noch zeigen, was wunderbar war. Ja, weil wir jetzt uns wieder zugucken, wo wir hier, äh, Gebäude alle ablaufen, um hier. Ach, guck mal, die Steinmühle kann man auch upgraden. Dann hat sie mehr Wachteschleifenplätze. Okay. Von Level 1 auf Level 2, Haltbarkeit geht hoch, okay, ist ja egal. Wachteschleifenplätze geht von 2 auf 3 und Platz für fertige Rohstoffe auch von 2 auf 3. Das ist ja schon gut. Das ist, ah, zwei Eisenbleche, warte mal, da geh ich mir doch mal hier, Eisenbarren. Das klingt jetzt immer auf den blöden Pfeil. Oh, die Eisenbarren sind alle. Äh. Ja, die haben Scheustücke. Ich hab mal 3 Öl gegeben. Wo ist denn der Abbus mittlerweile? Da hinten. Da ist nicht zufällig noch was drin? Nein. Ach so, das habe ich am letzten Mal auch noch gemacht. Genau. Ich hab hier noch ein bisschen umgebaut und die ganze Körbe ersetzt gegen Truhe und 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 auch so. Andere müssen wir noch die Fleiße. Blut. Nehmen wir mal Blut. Habt man noch für Hochofen? Ah, warte mal hier war noch, der Hochofen war noch voll, okay. Zwei Bleche brauche ich, ne? Hab ich gesagt. Ach, ich muss das nicht. Zwei Bleche, ein Baumstamm, haben wir doch hier ein Baumstammlager, ne? Genau, ein Baumstamm. Zwölf Sand, zwölf Ton. Da hab ich doch die Schaufel. Wo sind wir Ton, ne? Da rum, genau. Jetzt seh ich, jetzt geht's wieder, komischerweise. Ach, guck mal, wie geil. Ja, mit der Schaufel kommt ihr direkt dreimal raus. Genau, alles was aus Eise ist, wird da mal drei genommen. Ah, ja. Nicht wie mit der Hacke, dass wir zwei Sahnen anzukriegen. Genau. So, das ist jetzt im Umsatz hier hier dann klein. Ja, ich würde sagen, wir basteln jetzt noch ein bisschen. Und wenn wir dann meinen, dass wir euch was Neues zeigen können, machen wir die Aufnahme wieder an. Weil ich will auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt noch so viel, ne, wir haben gar nichts mehr viel zu, ah, die Kartoffel mal weggeschmissen. Die hast du weggeschmissen und wir haben gesagt, wir machen uns Brot. Genau, das kriegt alles eben. Beziehungsweise, wo ist der Grill? Da, mitten drin. Mitte drin, vorne. Da, wo die Druse. Kommt, ich weiß, was Trauben und Safter. Ach, wiederverwertung, nö. Wo ist der Grill? Ah, in die Mitte. Guck mal an die Truhe. Erlauben mal richtig in Ruhe. Da, da, mitten drin. Da, mitten drin. Was brauchen wir, was können wir hier machen? Gebratenes Fleisch. Fünf, ne, das ist ja gar nichts. 15 Gesundheit. Aber Schaschlik, 25. Ein Fleisch, ein Stock. Aber, ich glaube, die Pastete war besser, ne? Äh, Kai, ja, 45, was ist das? Tisch, Fleisch, Pastete, 45, ja, da wären wir noch ein Teufel. Gut, hier brauchen wir noch ein Mehl und ein Essig. Aber dann wären wir noch ein Teufel tun, das Fleisch zu braten. Wir wollten ja Brot machen, Ei und Mehl. Da haben wir aber, habe ich beim letzten Mal nachgelacht, in der letzten Aufnahme noch ein bisschen Eier gesammelt. Da haben wir mittlerweile hier 120 Eier. Mehl ist auch noch drin. Ja, haben wir mal Mehl und Eier, da brauchen wir noch. Natürlich gereinigtes Wasser. Würde ich sagen, machen wir es aber zu essen. Letztliche Zeit, hier noch ein bisschen bauen. Anscheinend, an den Geister rüberholen. Ja, da haben wir uns das gekocht. Ja, bauen wir noch Brunnen und so weiter und so weiter. Ja. Ich weiß, erst mal ein paar Brennerhersteller. Hey, wo läufst du denn? Brauchtig, äh, Brot. Oder Spiegelein, ich will aber immer 20, nee, Brot mit 30 Gesundheit, ja. Herstellen. Oh, jetzt habe ich kein Mehl mehr. Da haben wir noch Mehl. Äh, wir haben noch vier Mehl. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Mühle haben. Wir müssen auf jeden Fall Mehl mahlen. Ich möchte uns hier noch ordentlich Brot backen können. Wunderbar. Ja, würde ich sagen, dann sind wir zum nächsten Mal wieder. So, vielen lieben Dank fürs mit dabei gewesen sein. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, zu abonnieren und alles, was man unten so drücken kann. Damit wir auch immer schön eure Support kriegen auf den Kanälen. Einmal bei Mick Flocke und einmal bei mir. Ja, wir basteln ja noch ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder oder dann morgen wieder. Wir machen ja immer eine Folge nach der Eintmann für jeden Tag. Wir nehmen aber gerade wieder ein paar Folgen am Stück auf. Deshalb, bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020